So. Echt zu mir, hast du mir welche gespawnt? Echt? Ja. Habe ich gerade einen Schuss gehört. Aber ich dachte, er war so weit weg. Und da hingefährt. Ah, okay. Scheiße. Ach Mist, diese Drecksviechter. Ah, da geht es schon hart zur Sache. Habe ich da einen gehört? Irgendwie rechts hat einer gemacht. Ich dachte schon, der Köter im Wasser. War das auch ein Emulator und ein Half-D-Reck-Nin. Ja. Hasskombination. War das ja. Ja. Erlebt er noch? Ah, da hinten ist noch einer. Ja. Der Wagon. Okay. Okay. ich schlag den emulator oder sind noch külter das schaffe ich nicht alles da vorne ist eine hive angesprungen warte ich komme und das ist ja ja ich habe dynamit ihn geschmissen ach dich scheiße den auch rechts rechts die scheiße hat mich erwischt da bist du in der mitgewandt aber scheiße von links kommen auch noch welche hinter dir links links und auch geschossen durch die anderen da ein von den rechten hause geht ich sehe mich nach rechts jetzt reicht es mir achten links auch noch einer oh nein scheiße da war noch einer hier drüben alter wir kloppen uns da die schädel ein und hier sitzt einer genüsslich ach ärgerlich ich habe mich erfreut ich habe mich erfreut dass einer am dynamit gestorben ist aber das war es ja du mann alter verstehe ich nicht du warst auf meiner seite ich habe es auch darüber geschmissen aber das ist ja aber warum es von dem noch keinen zerrissen hat oh scheiße da kriege ich punkt abzug weil ich dich umgebracht habe warte das muss ich sehen doch da minus 500 ep partner getötet alter auch jetzt habe ich die deutsche präzision freigeschaltet stimmt warte hm 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 hm